Ja, liebe Christina, hier ist Gisela nochmal. Du, ich wollte dir etwas ganz Wunderbares mitteilen. Und zwar mein Leonardo, der hatte doch vor drei Jahren diese Kreuzband-OP und seitdem ist es eigentlich ganz, ganz furchtbar gewesen. Ich mache zwar jetzt inzwischen alle vier Wochen Physio und Osteo und dann ist es auch schon etwas besser geworden. Aber bei ihm hat sich im Kopf der Schalter umgelegt, dass er nur noch langsam gehen kann. Und irgendwie ist nie mehr gelaufen. Also auch, was ich auch angestellt habe und Leckerli geworfen habe und alles Mögliche gemacht habe. Also er hat immer seinen Trott drauf gehabt. Da ist irgendwo im Kopf wahrscheinlich so ein Schalter umgelegt gewesen. Aber jetzt, seitdem ich ihm täglich dieses Ozon gebe, und zwar tue ich mir was in mein Glas und schippe ihm was in sein Glas, weil ich kann es ihm ja nicht wegen der Lisa in den Wassernapf tun und gebe es ihm immer mit der Spritze ins Maul. Und seitdem er das nimmt, ist der wie ausgewechselt. Also der rennt und freut sich und ich kann ihm Leckerli werfen hin und her und ist also ganz anders. Und das haben auch meine Freunde schon festgestellt, also die ihn ja auch kennen. Also dass sich das so bemerkbar macht. Also das ist wie ein Wahnsinn, wie ein Wunder. Und das wollte ich dir sagen, weil das macht mich so, 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 so glücklich. Und das ist so schön. Und er hat wieder richtig Lebensfreude. Und die merken das auch, dass er hier auch zu Hause ist, er auch ganz anders viel aufgeschlossen hat. Also es ist irgendwo, als wenn der Schalter umgelegt worden ist durch dein Ozon. Also wirklich super. Ich bin ganz, ganz glücklich und ja, so sieht es aus. Also das wollte ich dir unbedingt sagen. Ich habe ja schon relativ schnell bei ihm was gemerkt, aber dass das so toll ist, ja, das ist ganz wunderbar. Also bis dann, liebe Christina. Ciao. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020